Mit dieser Technik können Sie schöne Schlingengewebe arbeiten, die sich fantastisch für Accessoires, Heimtextilien und Kleidungsstücke eignen. Schlingenmaschen werden am besten mit festen Maschen gehäkelt, denn dann bleibt die Rückseite schön glatt und fest. Arbeiten Sie zunächst einen Luftmaschenanschlag und dann ein paar Reihen mit festen Maschen. Wir haben hier zwei Reihen mit festen Maschen und 15 Maschen pro Reihe gehäkelt. Da Sie die Schlingenmaschen auf der linken Seite arbeiten, sollten Sie mit einer Reihe auf der linken Seite beginnen. Für die erste Schlingenmasche legen Sie den Faden über den Zeigefinger der Hand, mit der Sie den Arbeitsfaden halten und ziehen den Finger nach oben, um eine möglichst große Schlinge zu erhalten. Stechen Sie unter den beiden oberen Maschengliedern der nächsten Masche ein, fassen Sie den Arbeitsfaden unter der Schlinge auf dem Faden und ziehen Sie den Faden durch. Strecken Sie dabei den Finger mit der Schlinge so weit nach oben wie möglich, um die Schlinge gespannt zu halten. Es liegen nun zwei Schlaufen auf der Nadel. Fassen Sie den Faden nochmals und ziehen ihn durch beide Schlaufen auf der Nadel. Dann lassen Sie die Schlinge vom Finger auf die rechte Seite der Arbeit gleiten. Die Schlinge liegt nun auf der rechten Seite, auf der linken Seite ist eine feste Masche zu erkennen. Die nächsten Schlingmaschen arbeiten Sie genauso. Legen Sie den Faden über den Zeigefinger und ziehen Sie den Finger mit der Schlinge nach oben. Stechen Sie unter den beiden oberen Maschengliedern der nächsten Masche ein, fassen Sie den Faden unter der Schlinge und ziehen Sie ihn durch. Halten Sie dabei die Schlinge auf dem Finger gespannt. Fassen Sie den Faden nochmals und ziehen Sie ihn durch beide Schlaufen auf der Nadel. Dann lassen Sie die Schlinge vom Finger auf die rechte Seite der Arbeit gleiten. Versuchen Sie den Finger mit der Schlinge immer gleich hoch zu halten, damit die Schlingen gleich lang werden. Für ein dichtes Schlingengewebe arbeiten Sie immer eine Reihe mit Schlingenmaschen im Wechsel mit einer Reihe fester Maschen. Sehen Sie den Finger mit der Schlinge auf den Finger zum Finger aus und ziehen Sie den Finger aus. Eine Variante der Schlingenmasche wird mit einer zusätzlichen Drehung der festen Masche gearbeitet. Dafür arbeiten Sie die Grundreihen wie zuvor. Legen Sie den Faden über den Zeigefinger und stechen Sie in die nächste feste Masche ein. Dann führen Sie die Häkelnadel von rechts nach links hinter den beiden Garnfäden entlang und ziehen beide Fäden nach vorn durch, sodass nun drei Schlaufen auf der Nadel liegen. Fassen Sie den Arbeitsfaden und ziehen Sie ihn durch alle drei Schlaufen auf der Nadel, um die Schlinge auf der rechten Seite der Arbeit zu sichern. Arbeiten Sie weitere Schlingenmaschen, indem Sie beide Fäden der Schlinge nach vorn ziehen bis die Reihe beendet ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.